Musik Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Der Bundestag tagt wieder diese Woche und da stehen einige sehr brisante Themen auf der Tagesordnung. Da will ich reden mit dem FDP-Bund, ist das Abgeordneter Gerhard Ullrich aus Thüringen-Süd oder Südthüringen? Südthüringen, immer noch. Das ist immer unser Spiel. Aus Südthüringen. Haben Sie denn die Wunden jetzt geleckt und zugeleckt, die Sie bei der letzten Wahl vor ein paar Wochen erhalten haben mit 1, etwas Punkten? 1,1 Prozent, ja. 1,1 Prozent, man mag es gar nicht sagen. Also da reicht zweimal drüberlecken nicht, um das zu verwinden. Vor allen Dingen, wir sind ja immer noch in der Analyse und haben jetzt nicht gefunden, was uns dieses Ergebnis eingebrockt hat. Also man kann auch mal schlechte Ergebnisse haben. Wenn man dann weiß, was man falsch gemacht hat, dann ist das ja schon mal der halbe Wiederaufstieg. Aber was uns zu diesem Ergebnis geführt hat, in Thüringen, das können wir nicht genau nachvollziehen. Das war ein viel zu großer Bundeseinfluss. Ja, man kann über ganz viele Dinge reden, aber dass man sagt, und ab jetzt machen wir es anders und es läuft, das sehe ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber bei den Umfragen zur Bundestagswahl, was wäre, wenn am Sonntag Wahlen wäre, liegen Sie unter fünf. Das heißt, das würde bedeuten, Sie als Person und die Partei, Ihre Partei, die FDP, wäre nicht mehr im Bundestag. Für mich als Person ist das nicht weiter schlimm. Ich komme auch ohne zu Recht für die Partei. Für die Partei wäre es aber schlimm, weil wir die einzig liberale Kraft im Bundestag sind, eigentlich in ganz Deutschland. Das wäre schon ein Verlust, wenn wir nicht mehr dabei wären. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, was hat man bisher falsch gemacht, dass man dahin gekommen ist und was muss man in Zukunft anders machen, um wieder nach oben zu kommen. Ja, was hat man falsch gemacht? Natürlich spielt die Ampel einen riesengroßen Einfluss, das ist klar. Eigentlich haben wir auch vorher gewusst, dass es Probleme geben wird, aber es gab doch auch keine Alternative. Nochmal der Satz, lieber nicht als schlecht regieren, das funktioniert nur einmal, das kann man kein zweites Mal machen. Die Große Koalition war durch, die war am Ende, die konnten nicht mehr, die wollten nicht mehr. Ja, was blieb denn da noch? Ja, das fragt man sich jetzt auch. Ja, und damals ist man hoffnungsfroh rangegangen, hat gesagt, das wird schon, wir sind progressiv, wir machen Fortschritt und, und, und. Was man vielleicht unterschätzt hat, ist, dass die Ideologien der einzelnen Parteien einfach so unterschiedlich sind, dass sie nicht zueinander passen. Da bewerte ich jetzt gar nicht gut oder schlecht. Ja, aber das macht ja alle sehr nachdenklich, man hat es doch gewusst, dass Grün und Gelb nicht passen. Ja, aber was gab es für eine Alternative, Herr Brinkmann, was hätten wir tun sollen? Ja, wenn Sie lieber schlecht regieren als gar nicht. Vielleicht machen wir das ja gerade. Ja, Sie lachen darüber, aber es geht um Ihre Zukunft als Politiker. Gibt es denn überhaupt keine Bewegung innerhalb der FDP, mal zu sagen, dann setzen wir uns mal hin und jetzt überlegen wir mal, liegt es an uns oder liegt es an den Umständen oder liegt es, woran? Man muss doch die Frage, eine Antwort auf die Frage stellen, woran hat es denn gelegen? Es liegt bei allen dreien daran, dass jeder Einzelne sich nicht genug durchsetzt. Und wenn eine Wahl wieder verloren würde und die drei haben viele Wahlen verloren in letzter Zeit, dann sagt jeder immer, wir müssen unsere Ziele noch konsequenter durchsetzen. Dummerweise sagt das jeder. Ja, und schon knallt es. Sie sagen es. Ja, ich meine, wir sehen es doch alle. Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite, was würde denn passieren, wenn wir plötzlich alle auf Schmusekurs gehen oder schon gegangen wären und wir hätten das Heizungsgesetz mal so durchgehen lassen und dieses so und so. Das hätten die Leute auch wieder nicht gewollt. Ist das nicht die Krux? Egal, was man tut, man macht das Verkehrte. Ja, manchmal glaube ich, es ist im Moment so. Ja, macht Politik noch Spaß? Das Leben in Berlin ist für mich genauso interessant und abwechslungsreich wie früher. Ich hätte gerne mehr Erfolge. Ja, da müssen wir selber arbeiten, um das hinzukriegen oder nicht. Gehen wir mal auf die aktuelle Woche. Der nächste Streit bahnt sich ja an. Nein, der Haushalt muss verabschiedet werden. Keine Einigung bisher. Und Rente. Keine Einigung bisher. Ihr Parteivorsitzender widerspricht dem, was er selber unterschrieben hat. Das nennt man doch nicht glaubwürdig sein. Nun gut, da kann nur er selbst eine richtige Antwort drauf geben, warum das so gemacht worden ist. Aber Fakt ist, das Rentenpaket, so wie es jetzt im Moment ist, hat eindeutige Nachteile für die junge Generation. Aber er hat es doch unterschrieben. Ja, tut mir leid, ich kann nicht in seinem Namen reden. Aber Sie sitzen doch in einer Fraktion und da erklärt er das doch, warum er das macht. Also beim Rentenpaket, warum es so, wie es jetzt ist, unterschrieben wurde, das hat er noch nicht erklärt. Vielleicht dachte man auch oder man ist von anderen Annahmen ausgegangen. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich bin auch kein Rentenexperte. Bei den Nachrechnungen hat sich auf alle Fälle ergeben, dass die junge Generation dabei ein Minus einfährt, wenn wir das so machen. Wenn wir das Rentenniveau dauerhaft so halten wollen. Aber das Nachrechnen, das macht man doch vorher, bevor man etwas beschließt. Dann gäbe es ja das Wort Nachrechnen gar nicht. Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was nützt es denn? Es gibt aber manchmal Kompromisse, die gemacht werden müssen. Und es ist ja nicht das erste Gesetz in dieser Legislatur, was von der Regierung verabschiedet wurde, damit man es dann, jetzt sage ich das mal so pathetisch, wie das gerne gesagt wird, was wir dann im Parlament noch besser machen, als es die Regierung vorgeschlagen hat. Ich hoffe, es wird so mit dem Rentengesetz. Aber ich würde trotzdem nachhaken. Ich verstehe das nämlich nicht. Wie kann denn jemand, der in der Regierung sitzt, Finanzminister ist, dessen Job ist es, es vorher zu berechnen, ob die Kohle stimmt oder nicht und nicht hinterher? Na sorry, ich habe mich geirrt. Es ist in erster Linie Aufgabe des Arbeits- und Sozialministers, das zu machen. Und man kann auch nicht immer alle Vorschläge der anderen ablehnen, sondern man kann ja noch sagen, dann muss man das Parlament sehen, wie es in der Detailverhandlung ist. Und wir stecken ja gerade in der Detailverhandlung. Es ist ja nicht so, dass dieses Gesetz komplett abgelehnt wird. Wir müssen nur irgendwas daran machen, dass auch die Jüngeren nicht so benachteiligt werden. Ja, und da sagt Herr Lindner, vielleicht doch nicht. Vielleicht habe ich mich doch verrechnet. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Was spricht man denn in der Fraktion darüber? Das kann ich Ihnen dann morgen Abend sagen. Ja. Da wird morgen sicher intensiv drüber geredet. Könnte es sein, was manche Leute ja hoffen und manche Leute fürchten, dass Herr Lindner dann sagt, machen wir nicht. Aus Neuwahlen sind besser. Bei 1,1 Prozent in Thüringen und im Ausblick auf Bund ist das auch nicht gerade berauschend. Beim besten Willen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Gedankengänge vom Christian Lindner, das erschließt sich uns nicht in 100 Prozent. Sollte vielleicht doch gar nicht so sein, weil irgendwo muss ja auch immer ein gewisser Plan da sein. Und wenn man den Plan öffentlich raushaut, ist er meistens schon für die Katz, wie wir sagen. Ja, aber beunregt Sie das nicht als Mitglied der FDP-Fraktion, dass Sie nicht wissen, was Ihr Parteivorsitzender gerade so denkt? Ich glaube, das geht in keiner anderen Fraktion anders, dass der Vorsitzende immer komplett sagt, was er denkt und was er vorhat. Denn eins wissen wir, diese Pläne dringen auch bei strengster Vertraulichkeit immer nach außen. Und wenn das, was ich vorhabe, alle anderen schon wissen, dann wird es auch meistens vorher schon kaputt gemacht. Deshalb ein bisschen Vertraulichkeit muss da sein. Und was wir brauchen in der Fraktion, worum auch Christian Lindner gebeten hat, das ist Vertrauen. Und das müssen wir ihm entgegenbringen, sonst funktioniert es nicht. Das ist aber keine Ausnahmesituation der FDP, das ist in den anderen Fraktionen und Parteien sicher ganz genauso. Aber Sie haben jemanden in der Fraktion, ich nenne ihn mal Herrn Kubicki, der hält sich nicht so direkt daran. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Wissen Sie, dass er seine Meinung sagt, das ist das eine. Aber auch Kubicki posant nichts aus, was in Vertraulichkeit gesagt wird. Das tut er nicht. Macht aber immer so einen Eindruck. Kann ich nicht bestätigen. Das ist nicht so. Jedenfalls erscheint es so oder erschien es so in den letzten Wochen. Dass er immer dagegen hält zum Parteivorsitzenden. Wenn der Parteivorsitzende was sagt, muss ich nicht zwingend die ganze Partei anschließen und dahinter stellen. Dann hat schon jeder seine eigene Meinung. Und es gibt keine andere Fraktion und Partei, die von so viel Pluralismus beherrscht wird wie die FDP. Und deswegen bin ich auch dort. Das gefällt mir ja, dass ich keine Einheitsmeinung haben muss und vertreten muss. Und das tut Kubicki ja auch nicht. Und das Alter und seine Funktionen und die Erfahrungen geben ihm auch das Recht dazu. Ich komme nochmal auf den morgigen Tag oder den heutigen Tag. Der ist schon vorbei. Morgige Tag, morgen heute Abend wissen Sie, morgen Abend wissen Sie mehr. Ja, was da passiert, könnte denn es sein, dass Herr Lindner damit spielt, die Koalition platzen zu lassen. Das ist aber ein Spiel mit dem Feuer. Das ist ja ein Spiel mit der Dynamitstange in der Hand. Also es absichtlich so weit zu treiben, dass es explodiert, das kann auch selbstzerstörerisch sein. Es kann aber Dinge geben, wenn Sie eintreten, dann muss man sagen, es geht nicht. Das kann sein. Aber gezielt darauf hinarbeiten, dass es nicht mehr geht, das halte ich auch für politisch nicht verantwortbar. Aber auch nicht für klug den Wählern und dem Volk gegenüber. Was ist denn mit Ihren Parteifreundinnen und Freunden in der Diskussion, in der Fraktion? Sollen wir brechen lassen? Sollen wir weitermachen? Soll die Ampel weiter bestehen? Sind wir auf dem richtigen Kurs? Das sind doch alles Fragen, die sich auch selber doch bestimmt mehrfach stellen in der Fraktion. Herr Brinkmann, auf dem richtigen Kurs sind wir, wenn wir so um die 15 Prozent haben. Aber bei unter 5 Prozent können wir nicht sagen, wir sind auf dem richtigen Kurs. Irgendwas muss dann schon passieren, nach der einen oder anderen Seite. Das ist klar. Und wenn es auf einen Exodus hinausläuft, wenn es gar nicht anders geht, dann ist es eben so. Aber man kann das nicht herbeireden oder herbeibeschwören. Das funktioniert nicht. Das sollte man auch nicht tun. Wie könnte denn das aussehen in der Fraktion? Der Austritt erfolgt der, wenn der Parteivorsitzende sagt, wir wollen nicht mehr oder ich will nicht mehr? Oder muss die Fraktion darüber abstimmen oder auch ein Sonderparteitag? Wie läuft denn sowas? Wie würde denn sowas ablaufen? Nee, in der Fraktion. Also wenn wir die Minister zurückziehen, dann wäre die Sache erledigt. Aber es kann genauso gut sein, dass der Bundeskanzler unsere Minister entlässt. Aufschmeißt. Ja, auch das geht. Oder der Bundeskanzler stellt die Vertrauensfrage oder, oder, oder. Es gibt schon Möglichkeiten. Ja, aber der Anstoß müsste von der FDP kommen. Auch wenn der Bundeskanzler sagt, ich lasse, ich muss es ja einen Anlass geben. Vielleicht sagen ja auch die Grünen oder die SPD vorher, wir können das nicht mehr ertragen, wir ziehen den Stecker. Das weiß man doch nicht. Warum müssen das immer wir sein? Warum muss das die FDP sein? Nur weil es einmal einen Scheidungsbrief gab, müssen wir das doch nicht immer wieder machen. Ja, eben, weil sie schon einmal eine Vorlage liefert haben. Ich glaube aber, das war eine andere Situation. Das war 82, 82. Ging es auch um Geld. Und der damalige Wirtschaftsminister Lambsdorff war, glaube ich, Wirtschaftsminister. Er schrieb dem Kanzler Kohl einen Brief, Kanzler Schmidt einen Brief. Schmidt, genau. So geht es nicht mehr. Wir treten aus. Und dann gab es Neuwahlen. Und die SPD war weg vom Fenster. Ja, man sollte jetzt Wahlen nicht danach ausrichten, um einen anderen zu vernichten, sondern einfach, weil eine Sache einfach nicht mehr weitergeht und das Volk wieder neu, den Souveränen wieder neu entscheiden lassen. Ich muss Sie ja heute wirklich ein bisschen bohren, weil diese Woche könnte ja die Woche der Entscheidung sein. Das heißt, die Stimmung ist in Ihrer Fraktion noch nicht so, dass man sagt, wir sollten rausgehen. Nein. Das hat keinen Sinn mehr. Nein. Sondern die ist eher andersrum. Wir sollten drinbleiben. Wir sollten so lange drinbleiben, wie es geht. So ist die Stimmung. Ja. Und wenn das bis nächsten September so ist, dann ist es bis nächsten September. Und wenn das bis zur nächsten Haushaltswoche ist, dann ist es bis dorthin. Die nächste Haushaltswoche ist nicht mehr lange hin. Stimmt. Der Haushalt soll in der ersten Novemberwoche beschlossen werden. Ja, man könnte ihn auch noch eine Woche später beschließen, aber eigentlich sollte er dort in der ersten Woche. Und wenn man es nicht durchkriegt, das Haushaltsrecht ist das Wichtigste in der Politik. Ohne Geld, ohne Moos, nichts bloß. Dann wäre es zu Ende, oder? Ja. Also man kann sicher auch eine gewisse Zeit mit einer vorläufigen Haushaltsordnung arbeiten, aber das ist ja nicht das, was die Ministerien, die Regierung... Das glauben Sie ja selber nicht. ...und auch nicht das, was die Bevölkerung will und auch nicht das, was die Abgeordneten wollen. Das ist ganz klar. Man könnte das in einem Notfall, kann man das immer machen, aber dieser Notfall, ein externer Notfall existiert ja nicht dafür. Und was wir intern machen, da muss es einfach funktionieren oder es geht nicht. Ja, was die anderen Partner ja glauben, dass wenn man einen Notfall hat oder konstruieren könnte, der so aussieht, als sei es ein echter Notfall, dann könnte man die Schuldenbremse nämlich aussetzen. Ja, dann muss man aber einen verfassungskonformen Notfall haben. Ja, deswegen habe ich das so vorsichtig formuliert. Den sehe ich nicht. Also mit dem Notfall bleibt die Schuldenbremse. Ohne Notfall, mit dem Notfall würde die Schuldenbremse... ...wäre sie auszusetzen für einen gewissen Zeitraum, aber den Notfall gibt es nicht. Herr Lindner sagt, Notfall gibt es nichts. Die SPD sagt zu großen Teilen, den Notfall gibt es. Jawohl, guckt euch die Wirtschaft an. Alles läuft nicht. Wenn das kein Notfall ist, was soll denn sonst passieren? Nun gut, ein Notfall ist ja was extern von außen reingetragenes. Eine Naturkatastrophe kann ein Notfall sein. Ein Krieg kann auch ein Notfall sein. Aber ich glaube, dass im Haushalt ja die Kriege, die es leider jetzt gibt, eigentlich schon eingepreist sind. Und dass die Wirtschaft nicht läuft, das können wir nicht als Notfall bezeichnen. Das ist ja irgendwo auch ein bisschen selbstgewähltes Elend. Ja, das selbstgewählte Elend wird aber von manchen schon gezeichnet. Und weil das so ist, müssten wir und so weiter und so weiter. Aber das ist ja die falsche Denke. Also, wir machen jetzt mal eine kurze Denk- und Werbepause, holen ein bisschen tief Luft und dann reden wir weiter über die kommende Woche. Könnte ja spannend werden. Könnte ja durchaus schon die letzte sein. Ach ja, auch die letzte Woche hätte schon die letzte sein können. Das ist sehr hypothetisch. Ja, wir reden seit mal einem Jahr darüber. Aber alles, was hypothetisch ist, könnte auch wahr werden. Ja, vielleicht redet man noch ein Dreivierteljahr drüber und dann sind Wahlen da. Ja. Darüber reden wir gleich weiter. Bleiben Sie dran. Mit Gerhard Ullrich von der FDP-Fraktion. Und wir reden über das, was diese Woche, nächste Woche und in den nächsten Wochen passieren könnte im Bundestag. Nämlich, dass die Ampel auseinanderfliegt. Aber es könnte durchaus sein, dass sie bis September, genau gesagt bis zum 29. September, nächsten Jahres hält. Denn dann wird der nächste Bundestag gewählt. Bis dahin müssen Sie aus dem 1,1-Tal in Thüringen und unter 5-Tal im Bund kommen. Zwingend. Notwendig. Sonst sind Sie draußen. Und dann muss ich mir jemanden anders suchen, der mich darüber redet. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da. Zurück in der Sendung aus dem Bundestag. Diese Woche ist wieder Sitzungstag und wir reden über die Zukunft der Ampel. Das müssen wir machen, weil der Haushalt steht zur Diskussion und das Rentenpaket steht zur Diskussion. Und da gibt es erhebliche Missverständnisse oder Unterschiede in den Auffassungen der Ampel-Parteien. Es könnte durchaus sein, dass eine Partei sagt, der Ampel, wir machen nicht mehr mit, wir steigen aus. Das könnte die FDP sein. Wie stellen Sie da eigentlich persönlich zur Ampel? Das ist keine leichte Frage. Natürlich denkt man immer auch an den Wahlkampf, egal wann er ist. Und dann stelle ich mir vor, wie das sein wird, als Mitglied der Ampel dann eigentlich Wahlkampf gegen die Ampel zu machen. Und das fragen sich alle Ampel-Fraktionäre wahrscheinlich. Wie soll das gehen? Also verstehe ich Sie richtig, Sie halten nichts von der Ampel? Nun, was ich davon halte, ist die eine Sache. Ob man sie deswegen platzen lassen muss, ist eine andere Sache. Ich denke nur, dass die Widersprüche dann, je dichter es an den Wahlkampf rangeht, einfach immer größer werden und dass dann vielleicht auch gar nichts mehr läuft. Wenn auch jetzt schon nicht mehr viel läuft, manche sagen das so, dann wird ja wahrscheinlich ab nächstem Jahr, ab dem Frühjahr, so gut wie gar nichts mehr laufen. Und davor ist auch mir ein kleines bisschen Angst. Ich habe das im letzten Wahlkampf bei der GroKo gesehen, wie die sich gefetzt haben, das letzte halbe Jahr vorher. Ja. Und ich glaube, das wird dieses Mal noch schlimmer, wenn das so weitergeht. Und darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Ja, aber Friede, Freude, Eierkuchen ist ja auch nicht so Ihr Ding. Nee, ganz und gar nicht. Deswegen kann es ja sein, dass es auch nicht hält bis dahin, dass man einen hatten Cut machen muss, egal wer das tut. Ich glaube, die anderen sind genauso genervt von der Ampel wie wir. Ja, aber je mehr, je länger man das ja rausschiebt, umso ungemütlicher wird es ja. Weil diese Hahnenkämpfe gehen ja dann schon los. Ja, ja. Sie haben recht. Vielleicht zieht irgendeiner die Reißleine, ich weiß es nicht. Also, wenn jetzt in Ihrer Fraktion die Stimmung kippt und Sie stellen Ihrem Parteivorsitzenden eine ganz simple Frage, warum machen wir überhaupt noch weiter? Warum beenden wir das nicht? Herr Brinkmann, zu dem Beenden gehört auch, wenn überhaupt, dann ein richtiger Zeitpunkt. Und auch wenn ich jetzt noch nicht so lange im politischen Geschäft bin, weiß ich eins, kurz nach Wahlen den Stecker zu ziehen, das riecht immer so ein bisschen nach Feigheit. Jetzt wurde ich nicht wieder gewählt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt bin ich sauer. Also, es sollten die Ursache für einen Ausstieg, sollten auf keinen Fall verlorene Wahlen sein. Wenn es andere Punkte gibt, wo es nicht mehr weitergeht, zum Beispiel der Haushalt, wenn man keine Einigung darüber hat, weil die grundsätzlichen Ansichten, und ich sage nochmal, ich rede jetzt nicht von richtig oder falsch, sondern wenn die grundsätzlichen Ansichten zu weit auseinander gehen, dann muss man sagen, ja, mit uns geht das eben nicht mehr. Das halte ich für möglich. Ja, aber das ist doch genau der Punkt, wenn ich sage, ich brauche die Schuldenbremse, um Sicherheit für die enge Generation zu haben. Deswegen halte ich an hier fest, Standpunkt des Finanzministers, Parteivorsitzenden der FDP. Die SPD sagt den großen Teil ganz im Gegenteil. Wir brauchen die Lockerung der Schuldenbremse jetzt, damit wir mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf geben können, damit der Motor wieder anspringt. Das ist doch essentiell, das zu machen. Also muss die Ampel doch insgesamt der Meinung sein, dass wir die Schuldenbremse zumindest aussetzen. Und das sind doch solche Gegensätze, die kann man doch durch Schönreden gar nicht überbrücken. Das geht doch gar nicht. Die Schuldenbremse steht in der Verfassung. Und sie ist nur mit verfassungsgebender Mehrheit zu ändern, mit zwei Drittel Mehrheit. Die Ampel hat nicht diese zwei Drittel Mehrheit. Auch mit den Linken und dem BSW hätten wir sie nicht. Die CDU möchte sie zwar eigentlich auch nicht, wird aber mit Sicherheit nicht zustimmen, wenn das gemacht würde. Wenn wir uns unseren Haushalt angucken, wenn wir uns mal den von 2013 bis jetzt angucken und ihn sozusagen extrapolieren würden, in einer Geraden, dann liegen wir jetzt, dieser riesengroße Peak, den es nach Corona gegeben hat, dort sind wir noch nicht wieder runter auf dem normalen Pfad. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Sparhaushalt. Es wird mehr investiert als je zuvor in der Bundesrepublik. In rein investive Ausgaben, auch in die Infrastruktur. Es gibt keine Notlage. Es gibt selbstverschuldetes Elend. Das kann sein. Das führt aber nicht zu einer Notlage, die ausreichen würde dafür, die Verfassung zu ändern. Und deswegen die Schuldenbremse auszusetzen. So einfach ist das. Es gibt keine Mehrheit dafür. Also das Thema könnte nicht zum Bruch der Ampel führen. Aber das Rententhema könnte dazu führen. Ich bin kein Rentenpolitiker, deswegen kenne ich mich da auch nicht bis zum allerletzten Detail aus. Aber das hat natürlich allgemeinen sozialen Zündstoff, ganz klar. Wenn wir das Rentenniveau absinken, sind eine ganze Menge Menschen nicht damit einverstanden, nämlich die Rentenbezieher. Wenn wir die Beiträge einfach so erhöhen, sind da auch viele Menschen nicht mit einverstanden. Wenn wir die Lebensarbeitszeit erhöhen, sind alle Menschen nicht mit einverstanden. Also das ist nicht so einfach, das Ganze zu machen. Am besten ist es, man kriegt ein Wirtschaftswachstum hin. Dann lösen sich auch manche Probleme von alleine. Außerdem haben wir ja eine andere Vorstellung davon, wie die Rente überhaupt zu finanzieren ist. Aber das lässt sich ja in wenigen Jahren nicht machen. Dort sind ja die Groschen eigentlich schon in den 70er Jahren gefallen. Dort hätte man ja ändern müssen. Dort hätte man Rentenfonds, also in einer anderen Art und Weise einführen müssen. Die Norweger haben das einfach, die haben es gemacht. Ja, und Norbert Blüm hat gesagt, die Rente ist sicher. Und damit war das Thema vom Tisch. Ja, ich habe es ihm damals schon nicht geglaubt. Haben Sie Westfersen geguckt? Eigentlich nur. Ja, dann ist doch genau die Frage, wenn man sich in der Rentendiskussion nicht einig ist, das wäre so ein Anlass. Halte ich für möglich. Es gibt noch mehr Dinge, wo man sagen kann, das geht so nicht weiter. Auch die gesamte wirtschaftliche Lage. Wahrscheinlich werden wir am Mittwoch im Ausschuss auch darüber informiert, dass auch die Bundesregierung ihre Prognose über das Wirtschaftswachstum stark gesenkt hat. Aktuell kursiert die Meldung, dass das mit dem grünen Stahl vielleicht alles doch nicht hinhaut in der ganzen Stahlsparte und, und, und. Da kommt ein Problem nach dem anderen. Auch das kann ein Thema sein, wo man sagt, so geht es nicht weiter. Wir brauchen andere Mehrheiten, damit die Wirtschaft auch wieder Vertrauen hat. Denn Wirtschaft ist ja sehr viel Psychologie. Und im Moment spricht die Psychologie gegen uns, nicht für uns. Aber ihr Parteivorsitzender und Finanzminister Lindner hat ja ein Drei-Punkte-Programm letzte Woche erst skizziert für eine richtige Wirtschaftswende. Herr Habeck jammert herum und sagt, wir graben die Grube immer tiefer, die wir uns selber gegraben haben. Wir graben sie selber immer tiefer. Das heißt, wo ist dann da der Optimismus? Herr Lindner, da spüre ich einen Großteil Optimismus, dass etwas geschehen muss, indem wir es umdrehen. Aber was ist denn das, was er da umdrehen will? Sie sind Unternehmer. Sie erleben das doch jeden Tag, wie die Stimmung ist. Definitiv Bürokratie. Das ist das Allerwichtigste. Wir verabschieden, oder wir haben ja in erster Lesung gehabt, das Bürokratieentlastungsgesetz 4. Völlig egal, ob das 3, 6 oder 10 Milliarden sind. Ich glaube, in keiner Firma wird deswegen jemand umgesetzt werden können. Aus dem verwaltungstechnischen Bereich, also aus der Administration, die ja diese Bürokratie bearbeiten muss, in die Wertschöpfungskette. Und das meine ich durchaus positiv mit Wertschöpfungskette. Und solange wir das nicht haben, können wir Bürokratieentlastungsgesetze machen, so viel wir wollen. Es kommt nicht in den Betrieben an. Wenn wir nur dafür sorgen, dass die Bürokratie etwas langsamer ansteigt, fallen wir im internationalen Wettbewerb immer weiter zurück und das bekommt uns nicht gut. Das wäre so das Allererste, was wir tun müssen. Natürlich brauchen wir eine Unternehmenssteuerreform, das ist auch ganz klar. Natürlich müssen wir uns im Bereich Energie Gedanken machen, wie wir nicht nur preiswerte, sondern auch wirklich sichere Energie, also ständig verfügbare Energie bereitstellen. Das sind die Kernthemen, die wir bearbeiten müssen, damit wir auch wieder wirtschaftlich nach vorne kommen und damit die Wirtschaft auch wieder ein Vertrauen in die Politik hat. Sichere Energieversorgung, was heißt denn das? Bei Sonne und Wind ist das ja nicht immer gewährleistet. Nichts gegen Sonne und Wind. Ich habe jetzt auch Solar zu Hause, privat für mich, großer Speicher dazu, funktioniert gut, muss ich sagen. Aber für die gesamte Wirtschaft funktioniert das so nicht. Das heißt, wir brauchen grundlastfähige Energien, die auch immer da sein müssen, auch wenn mal eine längere Zeit in der Dunkelflaute keine Sonne und kein Wind da ist. Und sich dann nur aufs Ausland zu verlassen und sagen, dann nehmen wir aber lieber gerne den Atomstrom aus Frankreich, das ist nicht in Ordnung. Sie haben mir die Frage von der Zunge genommen. Ich habe es Ihnen angesehen, was Sie fragen. Ja, aber lässt sich das Rad denn zurückdrehen? Also, ich wünschte es mir zwar, aber ich glaube es nicht. Das heißt, wir müssen andere Alternativen grundlastfähig machen, also das, was auch mal geplant war, mit kleinen Gaskraftwerken. Und dann müssen wir natürlich sehen, wo wir auch eine breite, günstige Gasversorgung herkriegen. Das machen wir hier ein bisschen sehr sprachlos, was ja nicht sein darf, wenn man hier sitzt. Schaffen wir denn das, dass wir einen Teil der Rückkehr zur alten Energieformen, Flüssiggasterminals, war mal der große Hit, als Herr Trump Präsident war, da hat man ganz schnell einen Plan aus der Schublade gezogen. Was ist denn daraus geworden? Ja, wir sollten erst mal anfangen, vielleicht auch unsere eigenen Reserven zu nutzen, ehe wir auf gefrecktes Gas von außerhalb zurückgreifen. Und es gibt mehr Flüssiggas als nur das Fracking-Gas aus Kanada und USA. Auch das kann vielleicht nur eine Übergangstechnologie sein. Dann müssen wir eben sehr forschen. Zum Beispiel haben wir ja die Dual-Fluid-Reaktoren, die jetzt in der Erprobung sind, wo man die Brennstäbe, die wir bei uns gelagert haben, die ja für 300 Jahre Energie haben, dass wir uns die nutzbar machen. Oder die Kernfusionen, oder, oder, oder. Da müssen wir schon dranbleiben. Aber bis wir das haben, brauchen wir zuverlässige Übergangstechnologien. Da setze ich eigentlich auf Gas. Ja, und wir haben genug Gas, schließe ich aus Ihren Worten, in Deutschland? Genug Gas nicht, aber man kann ja nicht sagen, ich möchte es bei mir nicht haben, weil ich alles sauber haben will. Meinen eigenen Hof möchte ich sauber haben. Aber was hinter der Hofmauer ist, ist mir egal. Das funktioniert gerade nicht. Und das sollten wir auch nicht tun. Und deswegen müssen wir auch mal die eigenen Dinge erschließen, die wir haben. Ja, da kollidieren Sie dann mit den Grünen wieder. Und schon haben wir wieder einen neuen Krach in Asien. Was soll ich sagen? Was gibt es denn sonst diese Woche noch zu besprechen? Außer, dass alle darauf warten, dass nun die Probleme gelöst werden oder die Ampel auseinanderfliegt. Das weiß ich nicht. Es ist zum Beispiel auch die Waldeigentümer-Tagen. Interessiert mich natürlich aus dem Thüringer Wald kommend dolle, weil ich bin jetzt wieder Richtung Sonneberg, also aus Richtung München gekommen, Sonneberger Ecke. Der Wald in Thüringen sieht so schlimm aus. Und das hat ja eine interessante negative Folge. Wir wollen immer mehr ökologischen Häuserbau machen. Holz ist da ein ideales Werkzeug dazu. Haben wir aber keins. Der Thüringer Wald besteht fast nur noch Bauholz-mäßig aus Schadholz. Das heißt, die Buche ist kein Bauholz in dem Sinn. Und die Fichte verlieren wir gerade in Größenordnung. Die stehen zwar noch rum, sind aber Dürre. Das ist alles nur noch Schadholz, was wir ernten können. Wo kriegen wir eigentlich das ganze Holz in Zukunft her? Was war jetzt im Harz los? Sie haben es ja gesehen am Brocken. War ja in ganz Deutschland, in aller Munde, ein Riesenbrand. Weil dort dermaßen viel Schadholz, dürres Schadholz ist, dass man dem ohne starke Regenfälle überhaupt nicht hergeworden wäre. Und das droht uns jetzt großflächig einzuholen. Und die rumänischen Urwälder wollen wir auch nicht abholzen. Da bin ich auch nicht dafür. Ja, das ist ja ein Problem, das sie wenigsten im Auge haben. Ja gut, das muss man gesehen haben. Das sieht man in Berlin hier nicht. Aber wenn man durch den Thüringer Wald fährt und guckt nach links und rechts, dann sieht das schon dramatisch aus. Und nicht nur im Thüringer Wald. Also, wenn Sie das nächste Mal nach Thüringen fahren, durch Thüringen, und auf den Autobahnen links und rechts gucken, die Wälder, gucken Sie genau hin. Das ist ein Problem, das die wenigsten kennen. Sie haben es erkannt, machen Sie es publik. Wie bisher, wir sind am Ende der Sendung. Warten wir auf den morgigen Tag, vielleicht passiert da schon was. Wir beide wissen es nicht, Sie nicht, hält die Ampel, hält sie nicht, liegt an Ihnen. Nein, nicht nur an mir, da gibt es nur noch ein paar andere. Ja, Sie sind aber ein Schräubchen in dem ganzen Getriebe. Ja, ich bedanke mich bei Gerald Ulrich von der FDP-Fraktion. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder. Jeden Montag 2015 auf TV Berlin. Danke für heute und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017